Caritas Medienpreis für MK-Online-Kollegin Nina Kupfer gewinnt mit ihrem Beitrag Nurmobil den Münchner Sozialkourage Medienpreis 2020 in der Kategorie Online. Die Videoreportage zeigt, wie die Caritas in Flüchtlingsunterkünften über psychische Krankheiten aufklärt und hilft. Nina Kupfer sei es gelungen, an der Seite der Psychologin das Vertrauen der Geflüchteten zu gewinnen und sie selbst zu Wort kommen zu lassen, begründete die Jury die Auszeichnung. Die Online-Reportage zeige, vor welchen Schwierigkeiten geflüchtete Menschen beim Ankommen in Deutschland stehen und wie ihnen mit flexiblen Hilfsmöglichkeiten wie dem Nurmobil der Caritas geholfen werden kann. Die Kamera begleitet die Geflüchteten im Alltag und zeige einfühlsame Porträtaufnahmen, lobte die Jury. Der Diözesan Caritas Verband hat den Preis zum sechsten Mal verliehen. Auszeichnungen gab es in den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen und Online. Der Diözesan Caritas Verband. Der Diözesan Caritas Verband Die Mischung' elevation wird уlyria, Masse Covid-19就 Morrison und Han pesar von Haaseyakorfinnen. Der Diözesan Caritas Verband